Herr Matitsch, kann ich einmal mit Ihnen sprechen? Wer sind Sie? Ich bin die Polizistin. Ich fuhr den Streifenwagen. Ich wollte mich aufrichtig bei Ihnen entschuldigen. Es tut mir sehr leid, was passiert ist. Bitte gehen Sie. Aber die Art, die Menschen lieben. Man könnte die größten Rechte des Universums und nie etwas mehr schön finden. Ich weiß, dass Liebe unabhängig ist. Aber es kann auch unabhängig sein. Unabhängig. 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 Unabhängig.